Wie funktioniert ein Geothermie-Kraftwerk? Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Heute wollen wir mal gucken, wie eigentlich ein Geothermie-Kraftwerk funktioniert. Bei einem Geothermie-Kraftwerk holt man aus einer Förderbohrung heißes Wasser aus der Erde, nutzt die Wärme des Wassers, um irgendwas damit zu machen, beispielsweise Gebäude zu beheizen oder im günstigsten Fall sogar, um Strom zu erzeugen. Und dann führt man das kalte Wasser in einer sogenannten Re-Injektionsbohrung wieder zurück in den Untergrund. Tja, die Wärme des heißen Wassers nutzt man normalerweise nicht direkt, sondern indirekt, indem man das heiße Wasser durch einen Wärmetauscher schickt, wo die Wärme auf eine andere Flüssigkeit übertragen wird. Das kann zum Beispiel Ammoniak sein. Ammoniak hat einen sehr niedrigen Siedepunkt und in diesem Wärmetauscher fängt das Ammoniak also heftig an zu kochen und es entsteht Dampf, der mit sehr hohem Druck aus dem Wärmetauscher herausströmt. Und diesen Dampf benutzen wir, um so ähnlich, wie das hier hinter mir zu sehen ist, eine Turbine einzutreiben, die sich dann mit sehr hoher Drehzahl dreht. Und an diese Turbine ist ein Stromgenerator angeschlossen, so ähnlich wie ein Fahrraddynamo, und der produziert Strom, der dann verkauft werden kann. Tja, der Ammoniakdampf, der verliert in der Turbine einen großen Teil seines Druckes, ist aber noch gasförmig. Und wir kühlen diesen Dampf dann so weit ab, dass das Ammoniak wieder flüssig wird, beispielsweise durch einen Kühlturm, in dem Wasser verdampft wird. Und mit einer Pumpe bringen wir den Ammoniak wieder auf den hohen Druck, der erforderlich ist, um ihn im Kreislauf zu verpumpen. Das ist schon mal das Wichtigste, was ein Geothermiekraftwerk zu bieten hat. Wir brauchen aber große Mengen Wasser, das wir aus der Erde holen und wieder verpumpen. Und normalerweise kommt das Wasser ja nicht selbst aus der Erde und es lässt sich auch nicht von selbst wieder im Boden verpressen. Und deswegen haben wir in der Förderbohrung und meistens auch in der Reinjektionsbohrung große Pumpen, die aus dem Strom gespeist werden, den das Kraftwerk erzeugt. Ja, und damit haben wir schon die wichtigsten Komponenten eines Geothermiekraftwerks beschrieben. Hier auf diesem Bild sehen wir, wie so eine Installation aussieht. Es ist eine sehr kompakte Einheit, die eben, wenn überhaupt, nur Wasserdampf aussendet. Und das bedeutet, wir haben keinerlei schädliche Abgase oder sowas. Und das macht ein Geothermiekraftwerk so umweltfreundlich. Ein tatsächliches Geothermiekraftwerk ist natürlich noch ein kleines bisschen komplizierter und komplexer. Und wer genau wissen will, wie das alles funktioniert, der kommt in unsere Vorlesung Geothermische Energiegewinnung nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf! Wir freuen uns auf euch.